In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man auf sehr schnelle und einfache Weise den Abstand eines Punktes von einer Ebene mit Hilfe der hessischen normalen Form bestimmen kann. Bevor wir gleich zu einer Beispielaufgabe gehen, wollen wir zuerst ein bisschen die Situation sowie die Formel veranschaulichen. Also, wir haben einen Punkt P und eine Ebene E. Unser Ziel ist natürlich der Abstand zwischen diesem Punkt und dieser Ebene zu bestimmen. Und wenn man von Abstand redet, dann redet man immer von dem geringsten Abstand zwischen Punkt und Ebene. Und dieser geringste Abstand trifft natürlich immer orthogonal auf der Ebene, wie hier abgebildet. Also, wir könnten jetzt an dieser Stelle diesen Abstand hier zwischen Punkt und Ebene einfach mal mit D abkürzen. Verallgemeinert können wir dann sagen, gegeben sind ein Punkt P mit dem allgemeinen Koordinaten P1, P2 und P3 und eine Ebene E in Koordinatenform mit einem Normalvektor N1, N2 und N3. Zur Erinnerung, bei der Koordinatenform hat man halt diesen Vorteil, dass man den Normalvektor der Ebene immer als Koeffizienten vor X1, X2 und X3 hat. Und mit diesen Angaben wollen wir jetzt die Formel anwenden. Die Formel sieht wie folgt aus. Und ja, zugegeben, wenn man damit noch nicht geübt ist, sieht die einfach nur schrecklich aus. Allerdings ist es eine sehr einfache Formel. Wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer den Aufbau an und dann sollte es klappen. In erster Reihe, oben ein Zähler. Wir kennen schon die Ebene mit den 1 und X1 und so weiter. Und an dieser Stelle müsst ihr einfach nur den Punkt P nehmen und in dieser Ebene für X1, X2 und X3 einsetzen. Danach kann man die Zahlen zusammenfassen und damit ist die Sache schon erledigt. Noch einfacher ist das eigentliche Nenner. Da erkennen wir durch die Wurzel schon eine Längenberechnung. Und zwar, es handelt sich um die Länge des Normalvektors. Also, im Nenner müssen wir nur die Länge des Normalvektors bestimmen, damit ist die Sache auch erledigt. Wenn die Sache immer noch nicht einleuchtet, keine Sorge, wir rechnen gleich eine Beispielaufgabe und spätestens dann klärt sich das Ganze. Davor noch ein kleiner Hinweis. Es gibt für die hessische Normalform noch eine andere Darstellung, die für eine Ebene in normalen Formen geeignet ist. Die werde ich jetzt in diesem Tutorial nicht zeigen. Meiner Meinung nach ist das die einfachste Darstellung für die Formel. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Wir haben einen Punkt P und eine Ebene E und wir möchten natürlich den Abstand bestimmen. Zur Erinnerung, wir wollten die Formel anwenden, deshalb blende ich sie hier rechts nochmal kurz ein. Und wenn wir uns an der Formel halten, dann können wir schon anfangen und schreiben, D ist gleich, dann kommt so ein bisschen längeren Bruchstrich. Wir fangen natürlich mit dem Zähler an. Steht hier rechts Punkt P in die Ebene einsetzen. Das bedeutet, die Koordinaten von P hier, 2, 0, 2, werden für x1, x2 und x3 in dieser Ebene eingesetzt. Damit haben wir dann 2 mal 2 minus 0 plus 2 mal 2. Und hier kommt eine kleine Falle. Die Minus 1, die Zahl, die hier rechts steht bei der Ebene, muss immer auf der linken Seite gebracht werden. Natürlich mit umgedrehtem Vorzeichen. Und das dürft ihr nicht vergessen, sonst habt ihr hier an der Stelle einen Vorzeichenfehler. Also, deshalb kommt hinten noch plus 1. Das Ganze wird dann noch in Betragsstriche gesetzt. Wieso erkläre ich nochmal kurz am Ende. Deshalb gehen wir jetzt zu unserem Nenner. Und da steht die Länge des Normalvektors berechnen. Normalvektor kann ich auch kurz hier an der Seite rausschreiben. Das sind genau die Koeffizienten vor x1, x2 und x3. Also in diesem Fall 2, minus 1 und 2. Und für die Länge dieses Vektors müssen wir nun Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat ziehen. Und damit haben wir 2 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat. Das Minusvorzeichen können wir weglassen, wegen dem Quadrat. Und nochmal plus 2 ins Quadrat. Und jetzt alles zusammenfassen. Oben haben wir 4 plus 4 plus 1 sind natürlich 9. Und unten haben wir Wurzel aus 9. Was selbstverständlich wiederum 3 ist. Also 9 geteilt durch 3 sind natürlich drei Längeneinheiten. Und das ist unser gesuchter Abstand. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis bezüglich dieser Betragsstriche in der Formel. In unserem Beispiel hier haben sie nicht wirklich einen Sinn gemacht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo es passieren kann, abhängig von der Lage, vom Punkt- und Ebenenkoordinatensystem, dass oben im Zähler auch eine negative Zahl herauskommt. Natürlich im praktischen Sinne kann der Abstand nicht negativ sein. Deshalb vorsichtshalber diese Betragsstriche, die alles positiv machen. Und damit das Video nicht zu kurz wird, noch ein paar Anwendungsfälle, wo der Abstand eines Punktes von einer Ebene eine große Rolle spielen. Als erstes, wenn wir zwei parallele Ebenen haben, dann können wir problemlos den Abstand zwischen dieser zwei Ebenen bestimmen, indem wir einfach einen Punkt P in der einen Ebene nehmen und den Abstand zu der zweiten ausrechnen. Genauso einfach ist es auch, wenn eine Gerade und eine Ebene parallel sind und wir diesen Abstand suchen. Wir nehmen zum Beispiel den Stützvektor der Geraden und bestimmen mit der Formel den Abstand zu der Ebene. Ein etwas komplexerer Fall tritt dann auf, wenn wir die Höhe einer Pyramide suchen. Wir versuchen uns eine Pyramide vorzustellen und die Grundfläche der Pyramide ist natürlich eine Ebene. Dann, um die Höhe zu bestimmen, können wir einfach den Abstand zwischen Punkt S, also zwischen der Spitze der Pyramide, und diese Ebene ausrechnen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Abspann findet ihr in Verbindung mit diesem Thema noch ein paar andere sehr wichtige Tutorials, wie zum Beispiel noch ein Lösungsweg über den Load-Fußpunkt, der leider ein bisschen länger ist, aber auch notwendig. Dann, ihr habt gesehen, um die Formel anzuwenden, braucht man immer eine Ebene in Koordinatenform. Deshalb auch noch ein Tutorial für die Umformung von Parameter oder Normalen in die Koordinatengleichung. und eventuell macht es auch Sinn, dass man sich auch den Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden anschaut.